Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße dich zu unserer Monday Mindfulness Meditation. Schön, dass du da bist. Wir werden uns heute um unsere inneren Energiefelder, unsere Chakren kümmern und liebevoll dafür sorgen, dass diese in Balance sind. Unsere Chakren, sie treiben uns an. Unsere Chakren sind die Verbindung zwischen Körper und Geist. Sie sind unsere innere Antriebskraft. Du sorgst dafür, dass du für die nächsten 10 Minuten ungestört sein wirst und deiner Meditation folgen kannst. Du nimmst eine aufrechte, bequeme Sitzposition ein. Deine Hände liegen entspannt auf deinen Oberschenkeln oder deinen Knien. Du atmest tief ein und aus. Du richtest deine Wirbelsäule aus. Lockerst deine Schultern. Du lässt alles los. Du bist ganz entspannt. Du fühlst dich geerdet und mit allem verbunden. Du spürst in deine Wirbelsäule, dort in deiner inneren Mitte, wo dein Energiekanal fließt, der deine Chakren miteinander verbindet. Dein Wurzelschakra, dort am unteren Ende deiner Wirbelsäule. Es leuchtet strahlend rot. Dieses rote Licht, es leuchtet voller Vitalität. Dein Wurzelschakra, es verbindet dich mit der Erde. Die Energie dieses Wurzelschakras, sie fließt durch deinen Körper. Dieses Wurzelschakra, es spendet dir Urvertrauen und es spendet dir Stabilität. Dein Wurzelschakra, es sorgt für Ruhe und es sorgt für dein Lebensgleichgewicht. Du spürst diese rote, wärmende, strömende Energie. Nimm dir Zeit. Diese positive Energie, sie durchströmt dich. Sie fließt durch deinen Körper, deine Wirbelsäule entlang nach oben. Sie strömt zu deinem Sakralchakra. Dort eine Handbreit unter deinem Bauchnabel. Dein Sakralchakra, es leuchtet warm, es leuchtet warm, orange. Dieses orange Licht durchströmt deinen Körper. Es breitet sich aus. Dein Sakralchakra, es hilft dir, Gefühle und Wohlbefinden zu regulieren. Dieses Chakra, es ist deine Quelle der Kreativität. Es ist deine Quelle der Sinnlichkeit und die Quelle deiner Lust. Du aktivierst dieses Wurzelschakra. Du spürst seine leuchtend, orangefarbene Energie. Nimm dir Zeit. Diese Energie, sie strömt weiter bis zu deinem Solaplexus oder Nabelschakra. Dort eine Handbreit über dem Nabel. Das Nabelschakra, es leuchtet strahlend gelb. Du aktivierst es und du fühlst dich gut. Dein Nabelschakra, es unterstützt dich, dich sicher zu fühlen. Dieses Chakra, es gibt dir Intuition und es spendet dir Klarheit. Du spürst dein Selbstbewusstsein, das dir dieses Nabelschakra gibt. Dein Atem fließt ruhig und gleichmäßig. Du fühlst dich gut. Nimm dir Zeit. Die Energie deines Nabelschakras, sie fließt weiter, immer weiter. Sie fließt bis zu deinem Herz, zu deinem Herzchakra, dort in der Mitte deines Brustkorbes. Dieses Herzchakra, es leuchtet strahlend hellgrün. Es spendet dir Energie. Dieses Herzchakra, es lässt dich Liebe und Harmonie spüren. Dieses Chakra, es versorgt dich mit Güte und mit Freude. Dein Herzchakra, es reguliert deine Gefühle der Liebe und der Freude. Du spürst positive Gedanken. Du denkst an alles, was du liebst. Dein Herzchakra, es lässt immer mehr Energie fließen. Nimm dir Zeit. Diese Energie, sie fließt weiter, in Richtung deines Kehlkopfes, zu deinem Halschakra. Dieses Halschakra, es leuchtet strahlend blau. Du füllst dieses Halschakra mit Energie. Dieses Halschakra sorgt für deine Verbundenheit und deine Geborgenheit im Kosmos. Dein Halschakra, es unterstützt dich dabei, gut zu kommunizieren. Es sorgt dafür, dass du stets mit großer Zuversicht deine Wahrheit aussprechen kannst. Du spürst die positive Energie, die dir dieses Halschakra gibt. Es leuchtet strahlend blau. Es durchströmt dich mit positiver Energie. Du fühlst dich geborgen und du fühlst dich mit allem verbunden. Nimm dir Zeit. Diese Energie, sie fließt weiter, zu deinem dritten Auge, dort zwischen deinen Augenbrauen, zu deinem Stirnchakra. Dieses Stirnchakra, es strahlt leuchtend lila. Dieses lila Licht, es strahlt nach außen. Dein Stirnchakra lässt dich die Wahrheit erkennen und es unterstützt deine Intuition. Dein Stirnchakra, es gibt dir Weisheit und es gibt dir Wissen und es sorgt für dein Bewusstsein. Du spürst die Energie, die durch dir strömt. Dein Atem fließt ruhig und gleichmäßig. Nimm dir Zeit. Dann spürst du die Energie weiter fließen, zu deinem Kronenchakra. Dort an deiner höchsten Stelle deines Selbst. Diese Energie, sie leuchtet strahlend weiß. Du spürst diese Energie in deinem Kronenchakra. Du fühlst dich mit allem verbunden. Dieses Kronenchakra, es sorgt für Frieden mit dir selbst und es sorgt für Frieden mit dem Universum. Dein Kronenchakra, es weitet sich und öffnet sich. Du spürst deine Spiritualität und du spürst deinen Lebenssinn. Du bist mit allem verbunden. nimm dir Zeit. Du fühlst dich gut und bist voller positiver Energie. Du fühlst dich wohl und bist ganz entspannt. Dein Atem geht ruhig und gleichmäßig. Du fühlst dich ganz in Balance. Du atmest tief ein und aus. Deine Atmung vertieft sich. Du kommst zurück mit deiner Aufmerksamkeit ins Hier und Jetzt. Du räkelst dich, reckst dich, streckst dich. Du machst eine Bewegung, die dir gut tut. Lockerst dich. Du fühlst dich ganz geerdet. Du bist ganz bei dir. und dann lade ich dich ein, wenn du bereit bist, deine Augen zu öffnen, ganz sanft und vorsichtig. und dann lade ich dich. Du fühlst dich ganz bei dir. Ich danke dir, dass du der Meditation gefolgt bist. ich danke dir für deine Zeit und ich danke dir für deine Energie. Namaste Du bist du bist du bist dein, du bist du bist du bist du bist du bist. Du bist 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 du bist. Untertitelung des ZDF, 2020